Einfachheit und Ursprünglichkeit, nur beste frische Zutaten, hauseigene Rezepte und spezielle Gewürze. In der Südstadtbäckerei Hermisch wird jeden Tag von Hand abgewogen, geknetet, gebacken und verziert. Ehrlich und mit Liebe zum Detail von Menschen, die mit Begeisterung am Werk sind und ihren Beruf lieben. Wir arbeiten mit eigenen Quellstücken und stellen unseren hauseigenen Sauerteig her. Die Tonka-Bohne verleiht unserem Spritzgebäck den einzigartigen Geschmack. Der Aufzug bringt frischgebackene Ware direkt ins Geschäft. Angelockt vom Duft der Backstube warten hier die ersten Kunden. Überzeugen Sie sich selbst von der ausgewählten Qualität unserer Backwaren und besuchen Sie unsere Bäckerei. ? DahoName ? DahoName ? DahoName ? DahoName ?